Hallo zusammen, Ai Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Wüstenforschung. Ist die Folgequest von auf Sabotage Mission und Gratis Proben, dann taucht diese Quest hier erst auf, soweit ich weiß. Falls ich mich täusche, dürft ihr mich gerne in den Kommentaren angegeben. Anzunehmen ist diese Quest bei Nolan Speed in Silithus, an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten, wo ich gerade stehe. Nehmt die Quest an und hier darf man einfach zu dieser Position hier laufen und man ist schon beim Quest Abgabe NPC. Das ist nämlich die Tami Tüfteldwal in Silithus, an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Ich weiß, es war ein kurzer Weg, aber man kann ja nicht wissen. Ich hoffe sehr, dass ich euch helfen konnte. Ciao.